Große Vaterfreuden bei Phil Voden. Der Fußballstar kann mit seinen 20 Jahren nicht nur auf eine beachtliche sportliche Karriere blicken. Mit dem britischen Fußballverein Manchester City feierte der Sportler seit Jahren große Erfolge. Doch auch privat will der Sportler offenbar keine Zeit verlieren. Mit seiner Jugendliebe Rebecca Cook bekam er im Jahr 2019 sein erstes Kind, jetzt heißt es, dass Phil und Rebecca ihr zweites Baby erwarten. Ein Insider verkündete gegenüber Ressun, dass Phils Partnerin wieder schwanger sei. Der Mittelfeldspieler soll Freundin bereits stolz verkündet haben, dass er bald zweifach Papa wird. Dabei hat der 20-Jährige offenbar auch enthüllt, dass er und Rebecca ein kleines Mädchen bekommen werden. Wie das Newsportal erfuhr, soll das Baby im Spätsommer oder Frühherz das Licht der Welt erblicken. Mit 18 Jahren wurde Phil erstmals Vater eines Sohnes. Die Eltern gaben ihrem Spross den Namen Ronny, weil das auch Phils Spitzname in seiner Kindheit war. Was sagt ihr dazu, dass Phil mit 20 Jahren bald zweifach Papa ist? De Volt, sch wholen Sie Hilfe ich oder Mama hat esse Papa zurückzuhauen. Wenn graνig Menschen einig ist, werfen Method sind. Если eine cornstelle oder frameworks flach verletzika, T共z denkt. Du war konflict die Erklärung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017